Ganz sanftes Becken von Seite zu Seite schaukeln. Spüren, wie die Stirn massiert wird in dieser Position. Lasst den Atem lang und bewusst werden. Spürt, dass ihr komplett ausatmet und nicht einatmet, bevor der natürliche Impuls der Einatmung kommt. Das ist laut wissenschaftlicher Studien des HeartMath Instituts eine wunderbare Methode, um den Parasympathikus zu aktivieren und wirklich unser ganzes Nervensystem zu beruhigen, indem wir ausatmen und wirklich die Pause zelebrieren und warten, bis die nächste Einatmung kommt oder bis der nächste Impuls zur Einatmung kommt. Platziert die Hände neben den Brustkorb, mit der Einatmung hebt und öffnet in Cobra oder nach oben gerichteten Hund und ausatmen langsam zurück. Adho Mukha Svanasana Svanasana Es Wah Ob Er Od cooler Öffn Off